Beim Direktzuren geht es ja nicht darum, die Anzahl der Ladungssicherungsmittel zu ermitteln, es sind ja immer vier, sondern zu ermitteln, wie stark sie sein müssen. Dazu ist auf dieser Seite ein Winkelbereich angegeben. Das heißt, wir müssen einmal abklären, ob unsere Zürrmittel innerhalb dieser vorgegebenen Winkelbereiche angelegt wurden. Wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, braucht der Anwender sich lediglich sein Ladungssicherungsgewicht zu suchen, was beim Direktzuren hier natürlich sehr viel höher geht. Und dann hat er die Möglichkeit, über drei verschiedene Reibungszustände das jeweilige Zürrmittel zuzuordnen. Das heißt, für die Sicherung von 16 Tonnen könnte man bei beiwetterhöhenden Unterlagen mit Standard-Zürrgurten mit einer LC von 2500 Dekanewton sichern. Bei schlechtesten Reibungsverhältnissen müsste man die gleiche Ladung mit Zürrmitteln sichern, die eine Festigkeit von 16.000 Dekanewton haben.